Medizinische Masken sind Masken, die einen ganz besonderen Anspruch an die Qualität haben und einen ganz besonderen Standard erfüllen beim Eigenschutz, aber auch beim Schutz anderer Leute. Und da haben wir eben nicht nur die FFP2-Masken, von denen wir alle sprechen, sondern es gibt auch die OP-Masken. Auch das sind medizinische Masken und auch die kann man jetzt im öffentlichen Raum tragen oder man wird angehalten, die im öffentlichen Raum zu tragen, weil die einen deutlich höheren Qualitätsstandard haben, wenn es darum geht, mich selber und andere zu schützen als zum Beispiel die normalen Stoffmasken.